Wenn du mit deiner Mutter auf eine türkische Hochzeit gehst. Anja, wir können losgehen, ich bin fertig. Was ist das? Ich gehe nicht. Warum? Was ist denn da? Ich gehe so nicht, Hochzeit. Du ziehst was anderes an. Uff, Anja, uff. Sag mal, halt, Anja, wir müssen jetzt los. Allah, sieh mir nicht mehr. Nein, geh mir zur Hochzeit. Was soll ich sonst anziehen? Ich habe Ideen. Halt. Maschallah, meine Tochter. Haydi. I'm there. I'm there.